Was ist die Perspektive des Medieneinsatzes? Und dann kommt es zu Reibungspunkten und ich habe mal ein paar dieser Reibungspunkte mitgebracht. Einmal Hand hoch, wer hat schon mal über diesen Satz diskutiert? Digitale Medien haben kaum Mehrwert für den Unterricht oder auch, wir sollten die Lernenden schützen und digitale Medien verbieten. Ja, das ist ein bisschen weniger, aber auch, digitale Medien sind Werkzeuge. Ja, auch eine interessante Diskussion und ohne Endgeräte machen wir erstmal gar nichts. Ich habe für diese Diskussion, die in der Schule, glaube ich, sehr frustrierend sein können, versucht, die Perspektive zu öffnen und zu sagen, okay, wie können wir da rangehen auf eine Art und Weise, in der wir alle zufrieden am Ende nach Hause gehen können. Und als Instrument dafür habe ich mir das hier ausgesucht. Das ist das Haus der digitalen Bildung und im Prinzip ist der Gedanke dahinter, dass wir verschiedene Perspektiven auf den Medieneinsatz durchleuchten, um zu gucken, was wollen wir eigentlich damit erreichen? Was ist das Ziel? Ich habe versucht, das entsprechend ein bisschen zu reduzieren. Wir lassen das Dachstuhldreieck mal raus aus diesem Haus der digitalen Bildung und schauen uns nur die vier Zeilen an, die dort abgebildet werden. Und das sind vier Grundperspektiven, die man auf den Medieneinsatz haben kann. Wir können digitale Medien nutzen als Organisationsmittel, um die Schule zu verbessern, den Unterricht zu verbessern, die Durchführung zu verbessern. Wir können sie als Unterrichtsmittel benutzen, um Lernprozesse zu unterstützen. Wir können sie als Gestaltungsmittel verwenden, um kreativ und produktiv damit zu handeln. Und wir können sie als Unterrichtsgegenstand verwenden. Das bedeutet, wir thematisieren, wie sollte man eigentlich mit digitalen Medien umgehen? Wie sollten unsere Lernenden mit digitalen Medien umgehen? Hinterfragen, wie geht unsere Gesellschaft mit digitalen Medien umgehen? Schauen wir uns gleich im Detail an. Jetzt hat das nicht mal so viel mit dem Haus der digitalen Bildung zu tun. Und ich fand, das bedarf noch einer optischen Anpassung. Und jetzt war ich auch zufrieden damit. Schauen wir uns mal an, wie digitale Medien als Organisationsmittel zum Beispiel eingesetzt werden können. Ein Tablet, und das ist das Ding, womit ich gerade präsentiere, kann ich ja als Dokumentenkamera benutzen. Das heißt, ich gehe jetzt mal kurz in meine Notiz-App. Da sind schon ein paar Mathematikaufzeichnungen. Jetzt füge ich eine neue Seite hinzu, nehme ein Foto auf, fotografiere ab, was vielleicht im Schülerheft gerade zu sehen ist. Und jetzt kann ich in dem, was ich vom Schülerheft abfotografiert habe, direkt meine Notizen machen, was drei plus vier war sieben. Und kann das jetzt annotieren. Das spart mir im Unterricht, in der Durchführung der Organisation unglaublich viel Zeit, weil die Schüler müssen ihre Ergebnisse nicht mehr nach vorne bringen und anschreiben. Ich bin einfach viel schneller unterwegs. Das setzt allerdings gleichzeitig voraus, dass ich die passende Infrastruktur dafür habe. Das heißt, ich brauche als Lehrer so ein Gerät, ich brauche funktionierendes WLAN, ich brauche eine Präsentationsfläche, die alle ordentlich sehen können. Und das sind die Faktoren, die hier zusammenkommen. Aber wenn diese Faktoren zusammenkommen, ist es für mich eine enorme Unterrichtserleichterung. Genauso ist es mit digitalen Klassenbüchern. Wie leicht könnte der Ranzen sein? Aber auch hier heißt digitales Klassenbuch einfach nur das analoge Klassenbuch in digitaler Form zu haben. Oder gibt es da vielleicht noch Benefits, die man nutzen könnte? Wir können zum Beispiel Experimente abfilmen, die man sich hinterher immer wieder anschauen kann. Und man kann zurückspulen, man kann Slowmotion verwenden. Und das ist schon schwierig, wenn man dann im Unterricht steht und 30 Leute sind und den Lehrertisch versammelt. Das geht so einfacher. Wir können als Lehrkräfte papierlos arbeiten. Wir können mit interaktiven Tafeln arbeiten. All das fällt unter diesem Bereich Unterrichtsorganisation. Bereich Nummer zwei. Unterrichtsmittel, Lernprozesse zu unterstützen. Ich denke an Plattformen, auf denen man interaktive Aufgabenstellungen durchführen kann. Kopfrechen-Apps zum Beispiel. Auch hier haben wir ein Stück weit die digitalen Schulbücher mit drin, weil sie einen großen Schwerpunkt natürlich auf den Inhalt für das Fach legen. Wir können Quizze mit Wettkampfcharakter durchführen. Digitale Nachschlagewerke verwenden. Uns auf die Klassenarbeit mit Lernvideos vorbereiten. Und das haben ja viele neue Studien auch wieder gezeigt, dass die Schüler das machen. Und wir müssen das akzeptieren und überlegen, wie wir damit umgehen wollen. Digitale Medien als Gestaltungsmittel. Das heißt, hier wäre der klassische Werkzeugbegriff anzusiedeln. Wir nutzen das Medium, um damit etwas zu gestalten. Zum Beispiel Präsentationen oder Videos oder Poster. Aber auch, um unseren Lernprozess zu dokumentieren. Portfolios, vielleicht sogar öffentlich das zu tun in Blogs. Unser Kollege Alexander hat einen sehr, sehr schönen Blog gemacht, wo sie eine Klassenfahrt dokumentiert haben. Und die Schüler selber haben die Einträge geschrieben. Aber im weiteren Sinne auch nicht nur das Verwenden von Apps, sondern auch das Erstellen von Apps. Also Programmieren könnte im Mittelpunkt stehen. Oder auch einfach nur kreativ, schöpferisch an Diskussionen im Internet teilnehmen. Kommt hier auch in diese Kategorie. Und dann das, was mir persönlich immer besonders am Herzen liegt. Das Thema Digitale Medien als Unterrichtsgegenstand. Es geht also nicht darum, wie machen digitale Medien unseren Unterricht besser. Sondern wie können wir das Thema Digitale Medien in unseren Unterricht holen, um damit verschiedene Zielsetzungen zu erreichen. Zum Beispiel glaubwürdiger für unsere Lernenden zu sein, damit die nicht denken, wir wären Dinosaurier. Oder tatsächlich die Lebensrealität in den Unterricht zu holen und den Schülerinnen und Schülern eine Hilfestellung dabei zu geben, wie sie in der Welt klarkommen sollen. Dabei geht es zum Beispiel um Gesundheit. Ist eigentlich der Sendemast auf der anderen Straßenseite gefährlich für mich? Oder ist das Smartphone in der Hosentasche gefährlich für mich? Thema Datenschutz. Warum kriege ich jetzt plötzlich, wenn ich auf dem YouTube-Kanal unterwegs bin, Zelda-Werbung angezeigt? Das Spiel ist schon seit zwei Jahren draußen. Ich habe herausgefunden, meine Frau hat beim Zocken heimlich geguckt, wie sie an der Stelle weiterkommen soll. Und man merkt unmittelbar, ich kriege plötzlich Werbung, weil meine Frau, als ich nicht da war, dieses Video geguckt hat. Nachhaltigkeit. Was passiert eigentlich mit den ganzen Geräten, die wir kaufen und vielleicht auch wegschmeißen? Demokratie. Ich nehme mal als Beispiel das aktuelle Projekt von Elon Musk. Skylink heißt das. Der schießt gerade 12.000 Satelliten ins Weltall. Und damit macht er superschnelles Internet für alle. Das aber auf Kosten der Tatsache, dass wir 12.000 Satelliten im Weltraum haben, die man von hier aus auch sehen kann. Das ist quasi Windräder nur noch eine Stufe höher. Momentan zum Vergleich haben wir 2.000 Satelliten im Weltall. Und das ist eine Frage der Demokratie eigentlich. Wollen wir das? Wollen wir, dass der ganze Himmel eigentlich nur noch von Satelliten beflutet ist? Und dafür schnelles Internet? Wollen wir diese Entscheidung in Kauf nehmen? Und ich glaube, wir müssen über solche Fragen reden, wenn wir hinterher demokratiefähige Schülerinnen und Schüler haben wollen. Natürlich Werbung und Propaganda. Warum habe ich jetzt das neue Shampoo von meinem Lieblings-YouTube-Star gekauft und kein anderes? Und warum hält da jemand schon wieder die Cola-Dose dieser besonderen Marke ins Bild? Mag der die Cola so gerne oder steckt da vielleicht was anderes dahinter? Und auch funktionsweise von Computern. Was ist eigentlich ein Algorithmus? Und das ist gar nicht so schwer. Die Frage ist, auf welcher Ebene muss man sowas in der Grundschule behandeln? Wenn wir über Algorithmen reden, dann denkt man immer gleich, ja, Handlungsanweisungen. Handlungsanweisungen, also Schritt für Schritt führe ich etwas aus. Und dann kommen gleich die Informatiker und sagen, ja, das sind ganz besondere Handlungsanweisungen. Die müssen endlich und determiniert und bla 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 sein. Vielleicht ist das nicht der Ansatz für die Grundschule. Vielleicht geht es um intuitives Begriffsverständnis. Verstehen von Computern, Verstehen von Algorithmen. Man stellt sich einen Algorithmus zum Beispiel wie ein Kochrezept vor. Und ich muss mit Computern eigentlich in Kochrezepten reden, damit die mich verstehen. Ganz klare Anweisungen. Ich kann nicht sagen, das weiße Pulver, weil man sonst nicht weiß, meint der Zucker, Salz oder Mehl. Und das heißt, an dieser Stelle können wir auch in der Grundschule schon thematisieren, wie Computer funktionieren. Und auch die Frage, was ist eigentlich das Internet? Ist das eine Wolke? Sind Siri und Alexa vielleicht irgendwann so schlau, dass ich mich mit ihnen unterhalten kann, wie mit meinen besten Freunden? Und das sind, glaube ich, Fragen, die unsere Grundschüler auch schon haben und die wir im Unterricht thematisieren können. Für mich ist Medienkompetenz da immer ein ganz zentraler Punkt und man merkt ein bisschen raus, richtig um Medienkompetenz geht es eigentlich nur um den unteren beiden Punkten. Oben links haben wir eher das Thema Unterrichtsorganisation. Da geht es nicht darum, dass die Schüler medienkompetent werden. Es geht darum, dass der Unterricht effizienter wird. Oben rechts haben wir eine didaktische Zielsetzung, eine fachdidaktische Zielsetzung, in dem Sinne, dass die Schüler fachkompetenter werden sollen, indem sie digitale Medien verwenden. Und unten bei den beiden Bereichen geht es dann tatsächlich darum, wie gehe ich sinnvoll und zielführend mit Medien um. Okay, ich habe am Anfang diese vier verschiedenen Diskussionsansätze in den Raum gestellt. Und mithilfe dieser vier Bereiche möchte ich darauf jetzt eingehen. Digitale Medien haben kaum mehr Wert für den Unterricht. Das sagt man nicht ohne Grund, sondern weil man sich da intensiv Gedanken drüber gemacht hat und hat zum Beispiel die Feststellung gemacht. Ich habe eine interaktive Tafel hier vorne und mit der kann ich jetzt, wie mit meiner alten Tafel, früher meine Aufgaben dran schreiben. Aber die interaktive Tafel, die ist strombetrieben und wenn der Strom weg ist, funktioniert die ganze Tafel nicht. Und dann ist sie problemanfällig, ich muss mich in die Software einarbeiten und es ist eigentlich total nervtötend. Vor allem dann, wenn ich damit hinterher nur das Gleiche mache, was ich vorher sowieso auch schon gemacht habe. Und aus dieser Perspektive muss man sagen, ja, da ist für mich jetzt noch kein Mehrwert erkennbar. Und dann muss man auch fragen, ist das der richtige Weg? Brauche ich eine relativ teure interaktive Tafel, wenn ich vielleicht für ein Drittel des Preises auch eine Kombination haben könnte mit einem Lehrerendgerät und einem Beamer? Und kann das Gleiche machen, ohne mich rumdrehen zu müssen, sondern kann meine Annotation machen, während ich auf meine Schüler auch dabei im Blick habe? Aber hier steckt auch das Problem im Detail, die Mehrwertdiskussion fokussiert sich fast ausschließlich auf diesen Organisationsbereich. Wir reden fast immer nur über Technik. Dieses Gerät, welchen Mehrwert hat das für meinen Unterricht? Und wenn wir auf dieser Frage stehen bleiben, dann wird diese Mehrwertdiskussion nie enden, weil es immer wieder neue Geräte gibt, die nur Spielerei sind und immer wieder neue Geräte gibt, die uns tatsächlich helfen können. Die Frage, die wir uns stellen sollten, ist eigentlich in den anderen drei Bereichen. Wo kommt analoges Lernen an seine Grenzen? Wir hatten ja neulich eine schöne Diskussion im Geometrieunterricht. Also mit einer Geometrie-Professorin, die gesagt hat, wenn ich etwas ausrechne, dann kann ich Schritt für Schritt sichtbar machen, Zeile für Zeile, wie die Rechnung verläuft. Wenn ich das allerdings in der Geometrie mache und zeichne ein Dreieck, dann habe ich nur am Ende das fertige Dreieck. Und das ist ein Problem. Hier können digitale Medien helfen, den Prozess, wie das Dreieck entsteht, sichtbar zu machen. Indem ich zum Beispiel filme, wie ich es zeichne. Und das ist dann wieder einerseits eine Unterstützung für die Lernenden, damit sie diesen Prozess besser sehen können. Andererseits eine Unterstützung für die Lehrkraft, die hinterher nachvollziehen kann, wie hat dieser Prozess ausgesehen und wo war der Punkt, an dem die Lernenden an die Schwierigkeit gestoßen sind. Aber auch ganz, ganz zentral im Bereich des Unterrichtsgegenstandes. Wir müssen darüber reden, wie die Welt funktioniert, wie das Internet funktioniert. Und wenn der Mehrwert immer nur auf der Frage nach technischen Geräten beantwortet und auch die Frage dort nur gestellt wird, kommen wir nicht zu dem Punkt, wo wir sagen, der größte Mehrwert ist der, dass wir unsere Schüler auf das Leben und Arbeiten in dieser Welt vorbereiten müssen. Und das funktioniert nur, wenn wir anerkennen, dass digitale Medien zentraler Bestandteil unserer Lebenswelt sind. Wir müssen über Medien lernen. Das ist der Mehrwert. Digitale Medien sind Werkzeuge, schließt sich direkt an dieses Problem an. Wenn wir digitale Medien als Werkzeug betrachten, sind wir im organisatorischen Bereich, weil wir Lehrkräfte digitale Medien als Werkzeug nutzen, um unseren Unterricht zu gestalten. Wir sind im Bereich Gestaltungsmittel, weil die Lernenden digitale Medien nutzen sollen, um Lernprodukte zu erstellen. Im Bereich des Unterrichtsgegenstandes wieder. Hier hat eigentlich dieser Werkzeugbegriff kaum was verloren. Digitale Medien sind viel mehr als nur Werkzeuge. Und digitale Medien sind ein integraler Bestandteil unseres Lebens und unserer Welt. Und solange wir digitale Medien als Werkzeuge betrachten, lassen wir außen vor, dass digitale Medien bestimmen, wie wir denken und handeln. Wenn ich überlege, wie komme ich heute noch nach Berlin, dann denke ich sofort an digitale Medien, ob ich will oder nicht, weil ich entweder an meinen Routenplaner denke, der mich mit dem Auto dahin führt, oder an die App von der Bahn, die mir sagt, wann der nächste Zug fährt. Würde es diese Medien nicht geben, würden wir ganz anders über Probleme nachdenken. Das heißt, das beeinflusst uns und das wird von diesem Werkzeugbegriff nicht anerkannt. Ohne Endgeräte und funktionierendes WLAN brauchen wir gar nicht erst anfangen, irgendwas zu machen. Auch hier Schwerpunkt auf Organisationsmittel. Und es stimmt auch, solange wie das WLAN nicht funktioniert, brauche ich nicht darüber reden, wie schön es ist, wenn ich von meinem Tablet aus drahtlos mein Bild nach da vorne übertragen kann. Das hilft den Schulen nicht weiter. Und ich muss auch noch einen Schritt weiter gehen. Wir haben teilweise Schulen, die machen Workshops und Ganztagsfortbildungen zum Tablet-Einsatz, bevor überhaupt Tablets an der Schule sind. Und das bringt uns an dieser Stelle nicht weiter. Wir sollten über das nachdenken, wo wir heute anfangen können. Was ist das, was wir heute umsetzen können? Und auch hier landen wir wieder beim Thema Medienkompetenz, beim Thema digitale Medien als Lerngegenstand. Wir können heute damit anfangen, mit den Schülern darüber zu reden, wie das Internet funktioniert. Wir können heute damit anfangen, mit den Schülern darüber zu reden, wie viel Medienkonsum eigentlich gut und richtig ist. Wir können heute anfangen, darüber zu reden, was für gesundheitliche Auswirkungen bestimmte Lebensweisen auf uns haben. Und dafür müssen wir nicht auf Technik warten. Und dann das Kontroverseste, da habe ich mir für den Schluss aufgehoben, wir sollten digitale Medien verbieten und unsere Lernenden vor ihnen schützen. Und auch das wieder hat einen ganz klaren Ursprung. Ich habe mal ein Beispiel mitgebracht. Hier hängt ja ganz gerne noch so ein Nebensatz dran, wie die Kinder haben sowieso schon viereckige Augen. Das ist natürlich nicht sehr inhaltlich wertvoll. Machen wir es doch mal inhaltlich wertvoll. Und schauen uns mal ein paar Studien zur Kurzsichtigkeit an. Ich habe hier unten mal verlinkt, das Deutsche Ärzteblatt. Und die sagen ganz klar, die Kurzsichtigkeit nimmt zu, weil wir sehr viel Naharbeit betreiben. Ich zitiere mal, was dort geschrieben ist. Diese Veränderungen können nicht allein durch genetische Faktoren erklärt, sondern nur als bemerkenswerte Fähigkeit des Sehsystems interpretiert werden, sich an geänderte Umweltbedingungen anzupassen, nämlich auf eine Verlagerung der Sehgewohnheit von dem Fern in den Nahbereich und vom Freien in geschlossene Räume. Und was mir hieran wichtig ist, da steht nirgendwo digitale Medien, sondern es geht darum, dass wir das Auge trainieren, darauf nur noch auf einen kurzen Abstand zu gucken. Es geht nicht um den Bildschirm. Das gilt für Bücher genauso. Und noch viel beeinflussender als die Frage, wie lange gucke ich jetzt auf etwas, was nah an meinen Augen dran ist, bei dieser Problematik ist, wie viel Zeit verbringe ich im Sonnenlicht. Das wird dort auch klar gesagt. Und was ist unsere Konsequenz? Wollen wir jetzt sagen, okay, Naharbeit führt zu Kurzsichtigkeit, also verbieten wir das Arbeiten mit Bildschirmen, dann müssten wir konsequent sein und müssten auch das Lesen verbieten, Romane verbieten, dann müssen wir alle auf Hörbücher umsteigen, womit wir witzigerweise wieder bei digitalen Medien wären. Und wie gehen wir damit um? Und dann ist eben dieser Ansatz, wir verbieten das, ist nicht der richtige Weg, sondern das Problem liegt nicht in den 20 Minuten, die die Schüler beim Erstellen des Lernvideos auf den Bildschirm gucken, sondern das Problem liegt in der Freizeit, wo die Schüler nach Hause kommen und danach sieben, acht Stunden auf ihr Smartphone gucken und YouTube-Videos schauen. Und wir müssen hier eine Veränderung bewirken, indem wir sie aufklären, indem wir darüber reden, welche Folgen das haben kann und indem wir sie dafür sensibilisieren, dass die Augen nicht nur auf Naharbeit trainiert werden dürfen, weil sie sich irgendwann dran gewöhnen und nichts anderes mehr können, sondern wir müssen mit ihnen darüber reden, dass sie rausgehen müssen, ihre Augen Sonnenlicht aussetzen müssen und auch die Augen dafür trainieren sollten, in die Ferne zu schauen, damit sie, wenn sie alt werden, auch noch in die Ferne schauen können. Und das funktioniert nicht, indem ich das Thema verbiete, das funktioniert nur, indem ich es in meinen Unterricht aktiv reinhole und darüber rede. Und wenn man das ganz genau betrachtet, ist eigentlich in der Grundschule genau der richtige Zeitpunkt dafür, wenn nicht vielleicht sogar schon zu spät, denn diese Lebensgewohnheiten liegen nicht in der Art und Weise, was wir den Schülern in der Schule beibringen, sondern das ist doch längst passiert, wenn die von zu Hause in die Schule kommen. Also müssen wir hier intervenieren. Das ist nicht die Ursache, liegt nicht in der Schule, sondern eigentlich eher im Freizeitverhalten. Welche Konsequenzen nehme ich jetzt als Schule dafür mit? Wir müssen alle Perspektiven, alle vier in den Blickwinkel nehmen. Und jede dieser vier Perspektiven hat ihre Berechtigung. Wir müssen über jede dieser vier Perspektiven reden und sie in irgendeiner Art und Weise in unseren Unterricht integrieren. Oder wenn es noch nicht geht, weil wir auf die Ausstattung warten und die ist noch nicht da, dann warten wir an dieser Stelle. Vergessen aber nicht, dass es noch andere Perspektiven gibt, an denen wir heute schon arbeiten können. Es muss nicht jeder in jedem Thema Experte sein. Wir müssen nicht alle Experte in dem Thema Strahlung von Smartphones werden. Und so viel gibt es da eigentlich auch gar nicht zu wissen. Aber worauf ich hinaus möchte, ist, wir müssen damit nicht alleine bleiben, sondern wenn wir uns austauschen und zusammenarbeiten und uns gegenseitig unterstützen dabei, auch mit externen Partnern zusammenarbeiten, die fachliche Expertise ins Gespräch mit reinbringen, dann hilft das viel. Gerade in so Diskussionen, wo man immer das Gefühl hat, meine Meinung ist, das ist schädlich, meine Meinung ist, das ist nicht schädlich, wir diskutieren uns jetzt zu Tode, müssen wir eigentlich mal fachkompetentes Personal in diese Diskussion reinholen und sagen, okay, wir beenden diese Diskussion an dieser Stelle mit jemandem, der Ahnung davon hat. Wir müssen raus aus unserer Komfortzone, denn es geht nicht immer nur um Leute, die nicht wissen, oder ja, nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen, aber etwas machen wollen. Es gibt manchmal auch die Personen, die einfach nur keine Lust haben, sich zu bewegen, aber ich glaube, so ein bisschen von dieser Person steckt in jedem von uns und wir müssen die verschiedenen Standpunkte an dieser Stelle ernst nehmen. Das heißt, derjenige, der sagt, hey, das ist gefährlich, hat ja nicht Unrecht, ein Stück weit, aber derjenige, der sagt, das ist alles super, wir machen das jetzt einfach, wir können eh nichts daran ändern, der hat genauso wenig oder genauso viel Recht. Eigentlich müssen die beiden sich in der Mitte treffen und zusammenarbeiten und wenn die beiden sich gegenseitig ernst nehmen, kann er richtig guter Unterricht draus werden. Wenn die beiden aber sagen, hey, der ist doof, weil der eine andere Meinung hat, es geht nicht um Meinung, es geht um fachliches Wissen, wir sind studierte Lehrkräfte und darauf müssen wir aufbauen und dann gemeinsam Lösungen dafür finden. Abschließend einmal, jetzt habe ich gesagt, nicht alleine bleiben, was kann denn das IQSH in diesem Kontext noch bieten? Wir haben eine Homepage, wo das alles nochmal steht und da steht auch eine E-Mail-Adresse, nämlich die da, medienberatung.landsh.de, wo man dann direkt Kontakt aufnehmen kann, dann merken Sie sich einfach, wenn ich eine Frage habe, dann schreibe ich da was hin und kriege eine Antwort, die so qualifiziert ist, wie wir es leisten können. Ja, Dankeschön. Applaus